Heute gibt es Flammlachs. Wir sind gerade in der Vorbereitung. Da muss ein bisschen mariniert werden. Ihr seht hier die zwei schönen Hälften. Die haben wir jetzt mal ein bisschen trocken getupft. Und jetzt drehe ich die einfach mal um, die eine Seite. Und wir haben zum Marinieren ganz speziell, ich weiß nicht, machen wir jetzt Markenwerbung, wahrscheinlich nicht, Flammlachsgewürz. Da ist schon alles drin. Wir werden das mal probieren. Das kenne ich so noch nicht. Das sind Salz, Pfeffer, Kräuter und so weiter. Also alles, was man zum Marinieren von Fisch braucht. Wie gesagt, das ist ein bisschen Premiere. Wir werden das einfach mal probieren. Ich werde den Fisch jetzt marinieren, dann lassen wir den zwei Stunden liegen. Dann kommt der, das werde ich euch auch noch zeigen, etwas später hier auf diesen Flammlachshalter. Der kommt dann so übers Feuer. Das werdet ihr später auch noch sehen. Wird sehr schön eingefettet. Und dann kommen diese zwei Hälften drauf. Nicht alle beide, sondern jeder auf eins. Und dann werden wir mal sehen, ob uns das gelingen wird. Bis später. So, der HP ist da hinten am Marinieren jetzt. Ich seh da jetzt noch mal ganz kurz. Ich bin derjenige, der das Ganze festhält und es nachher mit dem HP zusammen und einigen anderen Leuten essen wird. Also auch ich bin gespannt. Also wie ihr seht, machen wir jetzt schön vorsichtig erst mal dieses Gewürz drauf. Das werde ich dann anschließend noch ein bisschen einmassieren. Dann lassen wir das noch etwas ruhen und dann geht es weiter, wie schon mal gesagt. Dann schalten wir euch wieder zu. So, der Lachs ist mariniert. Schön, jetzt habe ich den mit Backpapier abgedeckt und jetzt lassen wir den zwei Stunden ziehen. So, jetzt werden wir gleich hier unten im Hof das Feuer vorbereiten für den Lachs. Während der Lachs mariniert, werden wir jetzt mal die Föhrschale vorbereiten, wo der Lachs dann langsam vor sich hin garen wird. Anzünden nur gutes Kuchenholz, selbstverständlich. Das werden wir jetzt schön aufschichten. Bevor wir das nachher anbrennen, müssen wir erst noch den Lachs dann auf die Flammlachs, auf den Flammlachsbrettern fixieren. Und das Feuer wird dann erstmal angezündet. Die werden noch nicht gleich drauf gesteckt. Wir warten, bis das eine schöne Blut entwickelt hat und dann haben wir noch etwas ganz besonderes. Wir haben hier alte Weinreben. Die werden wir dann auch ins Feuer geben, wenn der Lachs drauf ist, weil das gibt ein ganz besonderes Aroma nochmal. So, jetzt für das Glutbett legen wir jetzt diese schönen, wunderbaren Stücke der Weinrebe mit drauf, dass die schon mal richtig durchblühen. Wie gesagt, alles fürs Aroma. Das Glutbett ist vorbereitet und in der Zeit gönnen wir uns, während das brennt, ein Bierchen. So, das Glutbett ist jetzt perfekt. Jetzt trinken wir mal die geilen Teile hier dran. Ja, ich glaube wir müssen noch ein bisschen nachregulieren. So, jetzt weiter. Oh man. So ihr Lieben, die Teile sind fertig. Sieht ihr wie heiß? Das geht so. Wir wollen nicht mal. Es löst sich super, wie erwartet. So, jetzt schneiden wir das Teil mal an. Und dann gucken wir mal an. Super. 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 Untertitelung des ZDF, 2020